hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge vom let's play zu last epoch mit unseren drei freunden und den ranken da sind das freunde ja das sind auch freunde auch blumen sind freunde schöne blümchen sie sehen irgendwie so ein bisschen aus wie fleischfünzene pflanzen oder so super mario sie sind normal wenn sie nicht aus eis sind sind sie so komische blüten knospen und wenn sie aus eis sind sind sie ein bisschen spitze und so sehen eier aus wie blumen und ja wir haben das letzte mal ja ja erst mal nein ich glaube das zweite oder dritte mal hier in diesem wie heißt das haben wir das gerade gelesen ich habe sicher übersehen auf jeden fall sind wir jetzt schon ein bisschen weiter ich glaube das dritte von links also das vierte von links nach links rüber ja und wir haben gerade coole gegner eigentlich weil alle pfeud kreaturen sind ziemlich geil und ja der bild der fetzt halt wirklich schön rein ich mag ihn sehr hey jo mal schauen wann wir endlich mal die ganz guten items finden also ganz gut wird es wahrscheinlich immer noch nicht sein wenn wir dann besser finden oh habe ich glaube ich auch schon einen gefunden oder war das noch im single player kann auch sein ich glaube es war knapp noch im single player also ich könnte mit dem noch nichts machen das ist auch so ein collectable idol obwohl wenn ihr da mehrere aus ist habt ihr irgendwie mehr spell damage oder so wo steht das ah heat damage okay sogar alles aber dafür können wir nicht krizen also es ist doch nicht ein collectable verstehe ich jetzt nicht wenn wir nur einen haben es steht ja wenn wir nur einen haben das ist genau das verkehrt herum also das glaube ich andere wirkung wie ich gesagt habe okay aber gibt es nicht in diesem spiel auch einen wo man sammeln kann dann heißt sie irgendwie anders oder es gibt es halt einfach im last step pass of x ja egal was ist denn das wenn er also minion freeze multiplayer ist eigentlich cool ich nehme den einfach mal ins lager haben wir noch genug platz zum lagern ja ihr merkt vielleicht ich habe ihn jetzt währenddessen vom anderen part bis jetzt schlafen gegangen und ich fühle mich jetzt gerade eben morgens manchmal noch nicht so gut was ich ein bisschen störe mit meiner stimme ich will zum ring gehen und eigentlich wieder cool dann ich gehe nicht zum ring endurin es können vielleicht ein bisschen zäh sein also dass die gegner ein bisschen zäh sind aber machen sie mal ich will ja auch mit dem hin corruption gehen so schnell wie möglich aber ich habe gehört der boss shade of obyris glaube ich ist ein bisschen ja manchmal recht schwer für viele ich habe ihn ein paar mal schon schwer gefunden weil er spammt richtig herum es ist unfair so einen mega starken angriff nicht ausweichen ausweichen zu können und so das der entwickler einfach manchmal so richtig unfair aber gut sind drei stück ok gut spammen die müssen mega diese shades äh also diese wie heißen sie spires genau die sind manchmal schon ein bisschen sehr nervig sie machen nicht hohen schaden sie machen eher niedrigen schaden je nachdem aber sie nerven herum einfach weil sie da sind aber sie nerven herum einfach weil sie da sind oh goldene dinge skorpione oh lo so 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 Die Höhle komplett. Eine Stütze. Na? Du Kleiner. Das sind so die süssesten. Diese Herumkriegen. So. Hier haben wir noch einen Donner. Links noch. Okay. Wir machen aber irgendwie ein bisschen mehr Schaden. Dann sind die Gegner nicht mehr so zäh. Vielleicht haben wir jetzt einen Echo. Ähm. Gegner Boni. Der nicht mehr so zäh macht. Ich glaube ich habe erst kürzlich im letzten Part einen ausgewählt. Mit Resistenzen. Das macht doch viel aus. Das macht die Gegner viel zu her. So. Ähm. Ja. Ich weiss nicht. Aber das ist eigentlich ziemlich gut. Ich nehme es mit. Aber es ist nicht so gut. Im eigenen. Nix da. Also jetzt gehen wir mal hier rüber. Also wenn wir. Ja Bögen können wir ja mit dem Filter gar nicht. Hm. Ich lass den. Weil Bögen werden hundertprozentig nicht angezeigt. Es wird eigentlich nur ein Stab mit Minion Multiplay und so. Also mit Minion Bonis und so. Angezeigt. Mehr nicht. Ja. Das kann ich mit diesem. Alten Feld echt nicht ansehen. Dann müsste ich die abwählen. Und wieder an. Ah ja. Es gibt ja einen Knopf. Ich könnte schon machen. Es gibt ja einen Knopf zum anzeigen. Zum ausmachen den Filter. Genau. Stimmt. Ähm. Hätte ja schon Lust. Ich habe ja ein Bogenbild. Der ziemlich gut läuft. Aber einfach noch zu schwach ist. Müssen wir noch ein bisschen abwarten. Den spielen wir gerne dann wieder weiter. So. Schreibt einfach worauf ich Bock habe. Ich würde mal ein bisschen wissen. Ein bisschen. So. Eigentlich natürlich noch mehr Spaß bereiten. Auf jeden Fall. Manche haben wahrscheinlich auch das Gefühl ich langweil. Aber gut. Manche sind aber auch so mega verwöhnt. Oder? Stimmt's? Ich bin manchmal auch gerne verwöhnt. Manchmal sage ich auch noch. Ich will nur Last Epoch spielen. Das ist ja so ein super Gen. Ja eigentlich schon. Nur die Engine ist halt der größte Schrott. Und das Balancing eben. Also diese Gegner-Cast-Speeds und so. Das ist der größte Schrott. Ja. Ach. Die besten Games haben irgendwelche Nachteile. Sollte nur nicht crashen. Gell? Last Epoch. Ich sag dich. Ich werfe dich zu tief. Du bist an mir abstürzt. Ja leider habe ich irgendwie Pech gehabt die letzten Tage. So. Aber vielleicht habe ich ja jetzt. Also. Oh Critical. Aber ich habe ja mehr auf der Linken. und dann... Hm. Ne. Da bin ich Konsequenz. So Konsequenz, dass es nicht mehr geht. Ich bin die Konsequenz. So. Jettet mal bitte weiter. Die Engländer sind immer so sehr, sehr, sehr schnell, äh, stark. Oh. Hm. Nö, ich hol keinen Bo. Also jetzt momentan nicht. Das sind Stäbe, aber das Regnerate Life. Also wenn jetzt gerade ein Gegner kommt, nein, das ist eine Arena, gut. Aber wenn ein Gegner ein Boss sein mit ganz hoher Lebensregneration und du hast diesen Mod, dann hast du, wie beim Necromancer was? Nein, beim Bogengeld. Beim Multishot Marksman. Einfach keine Chance ihn zu besiegen, wenn er sich schnell regneriert. Obst du Schaden zufügen kannst. Das ist halt immer blöd, diese Multiplikatoren. Wieso? Wieso gibt's hier so viele Schreine? Finde ich nicht, aber ich brauche keine Schreine. Wer hat das eigentlich erfunden? Das war eigentlich bei Diablo 2 das erste Mal. Genau. Denke ich mal. Meine Güte, ist das schlecht gemacht. Also sie sind einfach nicht praktikabel genug. Okay, der Crit-Schrein ist schon sehr stark. Hm. Scheinbar geht er einfach Minions. Aber, naja. Ist ja immer so ne nervige Arbeit, diese Schreine einzusammeln. Man geht immer zu den Schreinen und sammelt sie ein. Und da hat man einfach nichts dafür. Kein Vivo. Ein bisschen schon, aber. Meine Güte, es könnte ja mal irgendwas sein, wie zum Beispiel ein Item, was man noch nicht hat. Wird gedroppt. Ein einzigartiges Legendary. Direkt Legendary. Vor allem. Ne, das ist ja zu leicht. Man muss noch einen schweren Bosskampf dazu. So zum Beispiel Typhoon erscheint dann. Äh nicht Typhoon, Lagon. Genau. Aber er ist von Typhoon inspiriert wahrscheinlich. Kennt ihr Typhoon? Er ist von Tatumquist. Ein ziemlich cooler Gegner. Ja und sie gut. Auch Typhoon ist natürlich eine Gottheit im Relive. Also im Relive eben nicht. Aber vom Relive. Da, ausserhalb. Ausserhalb von diesem komischen Inwerten. Ja, von den Griechen glaube ich. Oh, geil. Slow. Oh, wenn das beim Boss. Ne, auch schon wieder so einen blöden Modifikator. Ich möchte, wenn ich noch nicht absolut stärker bin, diese Modifikatoren haben. Die slowen mich. Also nicht der Schaden vom Gegner ist schwer, sondern einfach, dass sie zerr werden ist schwer. Ich bin nicht so lange gegen Gegner kämpfen. Das ist ein Action Rollenspiel. Kein Rollenspiel. Ja, in letzter Zeit freue ich mich riesig über mein Spiel. Ich bin einfach mega lange schon am Texturen zusammenflicken. Das macht für euch keinen Spass, wenn ich das zeige würde. in einem O2 Design oder so. Also macht mir nicht Spass, das aufzunehmen. Ich habe schon mehrmals angefangen, aber ich habe es nicht fertig gewählt. Ich habe mich ein bisschen geschämt. Ich bin auch nicht. Sieht alles so ein bisschen zeichenhaft aus und nicht realistisch. Bis ich irgendwie realistisch zeinen kann. Es geht noch ein bisschen. Schattierungen sind falsch und so. Ja. Es sind halt Motelle Zeinen. Das ist halt noch ein bisschen schwieriger als Bilde Zeinen. Ich habe einfach so mit Eisen und Stahl und so Probleme. Ja, wir werden mal sehen. Sonst brauche ich doch einen, der wirklich gut designen kann. Ne, ich habe einfach zu wenig Zeit. Also ich mache ein Bild, also ein Bild, eine Textur mache ich zu schnell fertig. Ich habe keine Lust. Da noch mega. Es optimal zu machen. Wenn ich doch so viel machen muss. Das ist eher so die Sache. Ja, wie viel willst du arbeiten? Wann wirst du fertig werden? Und so. Hm. Gar nicht. Weil ein einzelner Entwickler einfach zu langsam entwickeln. Oder ich mir einfach so schöne Grafik vorstelle. Beim alleine entwickeln. So, dieses Gebiet war ja da beim Camp. Akt 3 Mitte. Okay, sehr gut. Und war ganz am Anfang, glaube ich, einer meiner Hassregionen. Weil die Spinnen halt sehr viel aufgekürzt sind. Weil die grün sind und zu spät spawnen. Ja. Zwei Boss. Ah nein, das ist der Boss. Tschüss. Ah, das ist wieder so ein Ambash. Ja. Okay, das ist ein Ambash. Deshalb ist er so komisch gewesen beim Boss da. Ja. Das sind einfach so irgendwelche Invasionsmonster. Und Adrenalin sind. So richtig aggressiv sind. Yes. Ui, eine Feder. Samenspringen haben wir schon. Äh, haben wir gar nicht ausgerüstet. Ähm. Ist ziemlich gut. Nehm ich nicht. Ist gut, aber ich nehm ich nicht. Hm, Blockchance. Ja. Was ist das? Bin ich Magier geworden? Bin ich Saucerer? Ich bin Saucer Supreme. Oh, noch knapp haben wir es noch nicht. Affix Chance. Was nehmen wir noch? Wir könnten den Unique nennen. Enrage. Oh. Ja komm. Ich habe ein bisschen zu viel Angst vor den Modifikatoren. Oh nein, Arena. Hm. Ich beginne erst, wenn wir laufen. Meine Güte, ich laufe rein und muss noch zünfe. So komm. Regneriere Wut. Hopp hopp hopp. Dankeschön. Ja, wir casten halt immer nur 3. Also es dauert ein bisschen, dass man wieder Wut regeneriert. Naja, die das Käse auch mal an. Also Ragekosten haben. Oh komm. Kommt ihr Mann. Ihr Lieben, Lieben Mann. Ihr Lieben, Lieben Mann. Haltet halt nicht zu fliegen, weil ich euch schon früher kille. Ist doch egal. Weg mit diesem Blunder. Nur nicht persönlich nennen. Ich rede mit dem Gegner. Oh ihr Offen. Ich weiß nicht, wieso ich Schreine immer sofort nehme. Ich habe auch keinen Bock habe auf die. Mir tricken sie zu sehr. Oh ja, es ist ja schon fast wieder. Es ist optimal. Es ist jetzt eine schnelle Arena gewesen. So. Also der Grund, wieso ich jetzt gar nicht mit dem Gegner rede. Ich tue das halt in den Rollenspiel Sachen auch machen. Ich bin so ein, ja. Ein Rollenspieler, der sich ein bisschen sehr um soziale Umfeld kümmert. Auch auf die Gegner einredet. Sie eher so ein bisschen trollt, als irgendwie fertig noch. Ähm. Eher so, ja. Mit ihnen spielt. Ich will unbedingt das Unique noch kurz haben. Tut mir leid, aber wir haben ja noch genug Zeit, oder? Ja. Sehr schön. Bei mir seht ihr sogar noch das Aufnahmeprogramm. Ich wundere mich manchmal, weil die anderen das nicht zeigen wollen. Aber leider geht der Fenstermodus nicht. Da ist Black Screen. Da muss entweder OBS, oder, ja. Eleven Hours etwas machen. Dass ich das auch im Fenstermodus auch mache. Und das Spiel, die Spielaufnahme, das wäre ja schlecht. Dann kann ich euch den Guide auch noch zeigen. Zwischendurch, wo ich nachschaue. Und funktioniert glaube ich auch nicht so richtig, weil es halt immer wieder längere Zeit am Black Screen ist. Anstelle, dass es schon, wie ich es sehe, anzeigt. Ist recht doof. Also Spielaufnahme würde ich euch nie empfehlen. Ist wirklich ein Schrott. Dauert viel zu lange eben zum Umswitchen. Jo. So, hallo. Nicht so viele Gegner hier. Muss hier nach rechts oben. Ich glaube, er geht wieder nach links. Ja, ist ja nicht so gut gewesen, hier durchzugehen. Doch er kommt hier rum. Warte. Sehr schön. Das sieht man halt nicht so gut. Hm. Die Musik ist cool. Na für euch wahrscheinlich ein bisschen zu leise. Aber ich werde euch ja auch nicht nerven mit der Musik. Ich habe gemerkt, bei einem Part, vor zwei oder drei Aufnahmen war es noch ein bisschen zu laut. Weil ich ja wieder zu OBS oder wieder übergeswitcht bin. Und dann irgendwie auch einfach beim Test es nicht so laut ist. Aber dann, nach einigen Minuten oder so, dann plötzlich laut ist. Je nachdem, was von mir sieht. Und welche Gegner gerade sterben. Oder Schaden machen bei mir. Ist es dann zu laut. Oder kann halt nicht immer sofort anfassen. Ihr dürft mir gerne helfen. Und Feedback geben. Kostet natürlich nichts. In letzter Zeit bin ich wieder zu viel am Toten Spammen. Aber ich habe ein bisschen Angst vor. Ich werde nicht geheilt. Aber effizienter ist es wirklich. Drei oder vier Mal ranken zu Spammen nach dem ersten Toten. Knopfdruck. Was ist das? Ein Sperr. Das ist jetzt im normalen Sperr, den ich mitnehme. Also Physical Damage ist halt immer ziemlich gut. Weil es andere auch noch verstärkt. Ja, zum Beispiel da der Sperr Javelinskill. Wurfstern. Er wurft Sperr. Der, ähm... Ist das dein Ernst? Du gehst einfach mal einmal ringsum und ich muss dich wieder abfangen. Ich will dich nicht abfangen. Das ist langweilig. Komm her, du blöder Gegner. Ja. Ja. Ach, da kommt er. Der faule. Der faule Kriecher. Das ist wirklich der Inbegriff von Faulein. Einfach so einen, einen Arm haben und alles andere weg. Nicht schon wieder das. Das ist Kaka. Ich mag's nicht. Ich hab immer noch zu viel Kulta zum Spamen. Von diesem Köder. Also. Gönnen die Nekropole. Aha. Und jetzt stürzt so. Okay. Gut. Starten wir mal wieder neu. Und jetzt bitte nicht Overhit oder so. Immer nach einem Absturz. Also nicht immer, aber manchmal nach einem Absturz. Tut Last Epoch so viel CPU-Hits entwickeln. Weil es irgendwie so dreimal oder so im Hintergrund noch an ist. Muss jetzt gerade mal kurz schauen. Ist das wirklich zweimal an? So ein Scheiße. Wer hat einfach diese Engine entwickelt? Könnt ihr mal bitte ein bisschen diese Entwickler haten von Unity? Nein, nicht haten. Unity ist wirklich ein Scheiß. Also ich hab jedes Game schon einfach... Ich hab's einfach bemerkt, es ist die Unity Engine an dieser Faulheit. An dieser... Das die Engine nicht gerade so fleissig ist. Dass sie nicht so schnell ist. Aber ey. Es ist auch das Laden, oder? Okay dann doppelt so lange, weil das Game zweimal an ist, aber einmal noch existiert im Crash drin. Oder dass der Crash das Game gar nicht richtig beendet. Aber hey, solche Crashs endlich mal zu besiegen? Kein Bock. Die Aufnahme funktioniert scheinbar noch. Prima. Also, dann müssen wir leider wieder zurück. Aber der Spieler kann nie etwas dafür, dass der Entwickler zu faul ist. Egal, ob es die Engine ist oder das Spiel. Aber ich finde, was mir schon alles passiert ist, dass andere nicht so Probleme haben, dass ich, ausgerechnet der Drago Basler, dann diese Probleme hat, die wenige Leute haben. Ist ne freche. Ich fühle mich verarscht. Ok, Jura. Wieso bist du eigentlich wieder hier? Du bist doch abgehauen in Akt 8. Was schwul nenne ich. Ja, sie ist einfach in der Kampagne, dann plötzlich weg. Aber ist sie in der Stadt manchmal? Ich habe das gar nicht so richtig geschaut. Ich glaube, ich gehe zuerst nach oben. Zuerst kurz nach oben, aber hier rechts hoch. So. Weil da oben ist eine und unten sind scheinbar drei. Aber ich glaube, das habe ich schon Ewigkeit nicht mehr gemacht. Das habe ich dann mit dem Spellblade gemacht, der irgendwie so Level 92 oder so war. Aber das ging so heftigst lange, auf Level 93 zu kommen, dass ich dann einfach aufgehört habe. Ich habe ja wegen dem Let's Play auch nicht mehr weiterspielen können. Ich habe einfach keine Zeit mehr gehabt, da noch richtig mega viel zu gewalten. Aber das ist mittlerweile besser gemacht worden. Und jetzt kommen wir sicher noch weiter. Genau, hier war ich schon ein paar Mal. Es wurde auch noch nicht so groß verendet. Nur ich habe es schon lange nicht mehr gemacht. Ich war ja fertig. Also, ich hatte oben keines mehr zum Freischalten. Nur noch dieses Crouchen. Und das habe ich damals auch noch nicht so gut gecheckt. Oder was man genau... Also, ja, dass man jetzt auch halt diesen Share of Abyses besiegen muss. Auf Distanz habe ich schon gewusst, oder? Das mit der Distanz. Aber genau für was es zuständig ist, habe ich einfach, weil ich nicht so gut Englisch kann. Den, den ich gerne Englisch lese, auch ziemlich wenig gemacht. Zweimal Doppelblut. Das nehme ich mit. Aber eins trägt nur auf Minions, der andere nur auf mich. Hm, vielleicht doch nicht so gut. Hui, nochmals. Wieso? Wieso habe ich jetzt den zweiten Kay? Der dritte Kay? Hä? Soll ich den mal machen? Ich glaube, ich mache jetzt schon mal den Anthem, den Soulfire Dungeon. Der war damals, vor ungefähr einem Monat oder so, mir am leichtesten als wir da im Livestream, glaube ich. Das ist im Let's Play gewesen. Ich glaube, ein Dungeon war im Let's Play und der andere im Livestream. Und der andere war schon eigentlich auch im Livestream. Ich kann den einfach jetzt zuerst mal machen, der war mir einfach im Livestream. Das war hier sehr gut zu sehen. Die Schattensachen. Ah, ich glaube, der Soulfire... Nein, der... Wie heißt er? Lightless Arbor ist... Hm, ist warmst. Ähm, Lightless Arbor ist der leichteste. Aber es kann ja sich verändern mit T2, T3, T4. Aber genau, ich kann es nicht sagen. Da drin? Okay. Ich finde diese Map richtig cool. Sie hat aber manchmal zu lange Wege, dass man dann wieder Gegner hat. Okay, was ist das für ein anderes Gefühl? Ist das ein Monster gewesen? Ist das nicht dieser Bogenschütze aus Veilin? Hm. Morgens kann man nicht echt richtig aus den Federn holen. Da muss man sich sehr anstrengend, dass wir nicht richtig aus den Federn holen können. Aber ich habe leider sonst keine Zeit. Ich habe den ganzen Tag am Fest heute leider keine Zeit in spät 18. Tut mir leid, dass ich euch ein bisschen müde vorkomme. Ich bin einer, der macht halt jeden Tag so viel, dass es einfach nicht reicht, um für 6 Stunden zu schlafen. Ich habe jetzt auch wieder besseren Schlaf, aber erholsam fühle ich mich nicht. Das ist es leider. Ja, ich bin halt ein bisschen komplizierter und vielleicht auch ein bisschen weniger gut dadurch, aber immer ist nicht immer so viel Anspruch. Ich schaue auch die schlechtesten in den letzten Jahren. Eher liebe die schlechtesten als die besten. Aber die haben es auch verdient, gut zu sein. Und die haben es auch verdient, Erfolg zu haben. Ich weiß nicht, was der Mensch will. Immer diese Perfektion geht mir auf den Keks. Ich habe auch gemerkt, ich kann ohne Perfektion auch sehr gut sein. Zum Beispiel im Fussball oder beim Menschen sozial oder gut zu stellen. Also nicht zu stellen, aber ich bin ein guter Mensch, ein gutmütiger Mensch. Ich tue jedem Menschen helfen mit meiner Anwesenheit. Ich tue niemandem Nerven. Und trotzdem, es kommen halt nicht die Fans. Sie kommen einfach nicht. Sie wollen es nicht. Keine Ahnung. So, wir machen jetzt den Part so lange, bis wir den Boss besiegt haben. Da kann 40 Minuten gehen. Da kann 50, 60 Minuten gehen. Wir machen jetzt den Part so lange, bis ich diesen Boss besiegt habe. Weil eventuell schaffen wir ihn nicht beim ersten Mal natürlich. Was ist denn der Boss? Hm, da muss ich gerade ein bisschen drüber nachdenken. Welcher Boss kommt überhaupt? Eben, ich habe es schon längere Zeit nicht mehr gemacht. Wir lassen uns überraschen. Wieso hast du mich getroffen? Optisch hast du mich nicht getroffen. Bitte Gott. Das ist wahrscheinlich wieder der asynchrone Servershoot. Oh, da war es denn gar nicht das Rad. Da ist vielleicht ein anderer Gegner. Was war das Rad? Ist das komisch Rad? Das sieht halt so schlecht aus. So in das Lace-Stück. Aber ist Void nicht dunkelheit? Wieso ist der Angriff aus Lace? Das macht überhaupt keinen Sinn. Was ist denn du? Das ist ein ganz dörr, großer Lace? Einfach komisch. So richtig dörr. Viel zu dörr. Und im Real Life würde das auch bei uns zusammenfallen, mit Tausende von Knochen. Ja, und das sah am Anfang noch ein bisschen komisch an, weil er zu nah am Wagen war. Es sah echt komisch aus auf den ersten Blick. So, was ist das? Ist es dieser Boss auf dem Schiff? Hä? Ist es drinnen? Doch, es ist er. Ja sicher, wie soll ich das auswählen? Ne, das ist wieder ein Boss, wo man muss jumpen. Ich hoffe nicht. Wie geht's? Der hat Würmer. Was ist denn das für ein Angriff? Ja sicher. Was ist das für ein Scheiß Boss? Er hat ihn designt. Da muss man ja die ganze Zeit in Bewegung sein. Das ist Kaka. Mag ich nicht. Er macht immerhin nicht so viel Schaden. Ich glaube ich habe gute Wildresistenz. Ich hoffe. Ach so macht er. Lieber raus. Der wird immer schneller. Was ist denn das für ein Scheiß Boss? Er hat ihn gemacht. Ich kann jetzt auch nicht gut nicht Schaden bekommen. Irgendwie sind die AOE grösser als man denkt. Komm bitte. Hartons Hask. Ah, die kann man auch besiegen. Wie viel Leben haben die? Die haben ja viel zu viel Leben. Komm wir schaffen ihn. Wie heißt er? Hartons Hask. So, ich habe ein Bild gemacht. Ich habe einfach mal das Gefühl. Eigentlich muss ich ein Relic nehmen. Weil Amulett habe ich ja das Unique Amulett. Das geht ja eher mit Unique. Hm. Doch ein Unique Drop Raid. Ne, da habe ich ja ganz viele Rares, die ich brauche. Also. Oh. Noch nie gesehen. Noch nie gehabt. Noch nie gesehen. Aber sehr gut. Mit zwei Potential. Heftig. So. Und jetzt sind wir bei Dragon, oder? Sind wir jetzt bei Dragon? Ja, endlich. Da kann ich eventuell dann einen anderen Bild machen, wenn ich die Uniques finde. Und die bekommt man ja bei diesen Unique Echos mit dem richtigen Item-Typ. Also muss ich das eigentlich als erstes corrupten lassen und so. Also mindestens mal 50 erreichen. Aber ich muss hier auch noch weiter kommen. Ich muss den Boss zuerst besiegen, dann das Item erfahren. Weil dann bekomme ich hier wahrscheinlich die Möglichkeit, wie sagt man, den über Monolithen zu bekommen. Also corruption über 50. Bis ich glaube ich unendlich, oder? Oder bis 1300. Irgendwie so etwas. Und das ist dann halt ultra schwer. Aber das werden wir dann machen. Wir machen eben im nächsten Part den Soulfire Dungeon. Weil es jetzt gerade so gut geht. Ich werde noch ein bisschen warten, mich ausruhen und dann nochmal so eine Aufnahme machen. Genau. Und dann mit dem Soulfire Dungeon. Dankeschön und tschüss. 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 Tschüss.